Guten Morgen, Herr Gissel! Guten Morgen, liebe 5a! Senzt euch bitte! Bevor wir mit dem Unterricht anfangen, ihr seht, ich habe jemanden mitgebracht. Das ist eine neue Mitschülerin von euch. Das ist die Amina. Sie kommt aus Saudi-Arabien. Amina, ich würde vorschlagen, da hinten ist noch freier Platz. Setz dich mal wieder dort hin. Das ist eine neue Mitschülerin. Einmal. 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 Hey, konzentriert euch bei der Mathearbeit gut. Wir haben alles im Unterricht durchgesprochen. Viel Erfolg! Einmal. 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 Und einer. Einmal. 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 Einmal! Abweilung! Untertitelung des ZDF für funk, 2017